Ich hab Bock auf HipTV, da gibt's Jerking ganz for free. Ich hab Bock auf HipTV, da gibt's Jerking ganz for free. Nochmal, nochmal, nochmal. Yo, peace up, Freunde. Wir sind hier in Krefeld vor dem Hauptbahnhof und treffen hier die Powerpuff-Chicks zum Interview. Die Powerpuff-Chicks haben super. Wow. Ich hab Bock auf HipTV, da gibt's Jerking ganz for free. Ich hab Bock auf HipTV, da gibt's Jerking ganz for free. Das müssen wir jetzt sagen. Nochmal. Yo, peace up, wir sind hier in Krefeld. Was ist denn? Ja, Freunde, holen wir. Ich hab ja auch keinen Text. Ja, Freunde, achso. Ich hab Bock auf HipTV, da ist Jerking ganz for free. Ich hab Bock auf HipTV, da ist Jerking ganz for free. Wir brauchen Sex, das ist der. War ein bisschen Action. Äh. Knie, Kille. Runter. Sissa bleib ich hängen. Ich werd heute mal ein bisschen mitmachen und kennt man die Powerpuff- Wieso haben die auch so einen Scheißenarm? Und kennt man die Powerpuff-Chicks hier in Krefeld überhaupt? Jetzt fragen wir's. Viel Spaß. Kann man auch mal sagen. Und jetzt hatte ich noch eine Frage, die ist weg. So, Wilden und Sakkari, die neue Moderatorin von HippTV, Leute, das waren die Powerpuff-Chicks aus Krefeld. HippTV schaltet ein, der beste Sender in ganz NRW! Berlin! Nein, NRW! NRW! Köln! Ja! Sie ist aus Köln! HippTV, ich dachte, H-I-B, B für Berlin! So kann man sich täuschen! Ja, sie moderiert jetzt, ich tanze bei den Powerpuff-Chicks, so schnell kann sich das Blatt wenden. Wer hat eine Frau? Ich? Ist er schon!